Hallo und herzlich willkommen zurück zu Limbo und ja, wir waren hier bei diesem Rätsel. Und ja, was ist das hier für ein Seil? Ich glaube, ich bin tot. Ich sagte, ich gehe hier oft tot. Also, dort haben wir ein Seil und Zahnräder. Und wenn man die da... Man stirbt doch dann. Verstehe ich nicht. Hallo? Aber was ist mit dem Wagen? Ist dort hinten etwas? Nö. Hä? Was soll denn der Wagen? Ah, ich kann auch noch weiter hochklettern. So. Ach! Äh, hier betätigt der nichts, ne? Hm. Nicht in die Zahnräder, nicht in die Zahnräder. Ah, das geht auch hoch. Das geht auch hoch. Seht ihr das dort hinten? Und wenn ich das andere dann... Komm, runter, 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 runter. Na, los, runter. Wenn ich das andere jetzt mit runterziehe... Nein. Nein, das geht wieder runter. Hm. Aber irgendwie muss es ja dann oben bleiben. Vielleicht... Es geht ja weiter runter, das Seil. Ob wir das dann nehmen können und das dann an diesem Wagen befestigen müssen? Ich probiere es mal. Einen Moment. Ja, da muss ich schnell sein. Guckt ihr? Das geht nämlich dort unten durch. Ich warte, bis es oben ist. Und dann, ähm, gehe ich schnellstmöglich nach unten. So, runter, 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 runter. Komm schon. Nein! Ich hab's verpasst. Okay, kannst du nochmal? Da müssen wir schnell sein. So, das Ganze noch einmal. So, da macht's Doink. Komm schon. Ja! Scheiße, nein! Mist. Na gut. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Das ist okay. So. Noch einmal runter. Ja. Abwarten ist ganz oben. Nicht die Leiter. Denn die bremst nur. Mist, ich hab das Seil nicht mehr bekommen. Ah, na, 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 na. Hä? 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 Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Also es funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Hm. Ich probiere es nochmal. Warten, 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 warten. Jetzt ist ganz oben. Los. Ah. So, wir hängen jetzt hier dran. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das andere mich dort drüber schwingen kann, um das dann zu betätigen, damit wir das andere dann auch noch hochkriegen. So, und jetzt. Los. Los, 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 los. Oh, knapp, knapp. Oh, das war jetzt schwer. Puh, das war schwer. Hohohoho. Das war, äh... Ah, da sieht man, ähm... Ein bisschen muss man da was... Ih, was ist das? Ih. Sind das Pilze oder sowas? Sehen aus wie Pilze. Die haben zumindest dort so einen Hügel. Und hier ist irgendwas reingerannt. Ich hoffe, das attackiert uns nicht. Hä? Was? Nein, nein! Hey, 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 hey! Hey, nein! Hallo? Ich bewege mich nicht! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Ich kann nichts mehr drücken! Ich kann nicht mehr nach rechts! Nichts mehr nach links! Nein, 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 nein! Der kontrolliert von alleine! Was ist das? Nein! Äh, nein, 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 nein! Nein! Komm, nein, 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 nein Jetzt kann ich meine Finger weg von der Tastatur. Jetzt kann ich mich halbwegs ein bisschen bewegen. Nee, ich kann... Nee. Das Einzige, was ich kann, ist springen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Jetzt geht er schon wieder zurück. Nein, nicht! Nein, nicht ins Wasser! Und dort oben waren schon wieder diese komischen Viecher. Okay. Das ist irgend so ein Wurm, der sich dann durch das Gehirn frisst. Und uns dann von innen tötet. Wie so ein Alien. Wenigstens können wir... Was wollen die von uns? Nein, er geht schon wieder zurück. Er geht schon wieder zurück. Nein! 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 Okay, ich probiere es nochmal. So, und schon verschwimmt ein wenig die Sicht. Und ich habe das Gefühl, dass es schlimmer wird, wenn wir in die Sonne gehen. Ich schätze dieses Pnöpel-Dingens oder was auch immer, dieser Wurm, der Suizid-Dingens... Äh, nein! Nein, zurück, zurück, zurück! 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 Nein, nein! Ach so, jetzt... Der bewegt sich wieder von alleine. Na super. Äh. Können wir uns jetzt wieder bewegen? Ja. Ja, wir können uns wieder bewegen! Ich schätze mal, der verträgt keine Sonne. Die vertragen keine Sonnen und die Musik wird schon wieder ein bisschen... Naja. Und hier ist irgendwas, was wir betötigen können. Ja, was auch immer. Können wir dorthin? Nein. Was ist das? Ist das ein Frosch? Das sieht aus wie so ein Frosch. Wo kommen wir... Was ist das für eine... äh, 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 Konstruktion? Sehr eigenartig. Ich schätze mal, wenn wir dort runtergehen, dann kommen wir auch nicht mehr hoch. Ich gehe nochmal kurz zurück. Gucken, ob wir dort hoch springen können. Ja. Ja. Ich gehe, ich gehe nach. Was ist das? Oh, mein Gott. Aber. Ja. 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 Die andere gete dips. Ja. 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 Ich habe eine Idee. Was? Was war das eigentlich für ein Tier? Ein Frosch? Eine Zecke oder sowas? Und hier strömt es in Regen. Ach, guck einer an. Ach, guck einer an. Ach, gucke mal. Guckst du mal. Okay, wir können jetzt hier runter. Komm. Hä, wir sterben doch dann aber. Hm. Nö, will ich nicht. Okay. Es regnet. Das ist schon mal gut. Das müssen wir nicht nochmal neu machen. Hier können wir nirgendwo rauf. Dort können wir das Wasser betätigen. Ach so. Ach so. Ach so. Okay, okay. Ich... Ich... Manchmal... Geh runter. Geh runter. Nein. Okay. Okay. Der ging nie runter. Der ging absolut nicht runter. So, ich betätige das Teil. So, gehe aber wieder runter. Hä? 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 Hm. Keine Ahnung. Ha, 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 ha. Naja, ich würde sagen, damit beende ich dann erstmal... Komm, stell dich mal hier unter. So, äh, 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 da würde ich sagen, ich beende diese Folge erstmal, äh, und, ähm, naja, ich kann nur hoffen, dass wir in der nächsten Folge dann weiterkommen. Ähm, ja. Naja, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüssi!